Herzlich Willkommen bei Microsoft Schweiz. Wir befinden uns hier im Solution & Innovation Center, wo wir zukünftige Lösungen zeigen. Heute zeigen wir hier, wie wir die Zukunft mit Technologie noch näher kommen können, wie wir uns in Zukunft treffen können, ohne zu reisen und damit einen Beitrag für die Umwelt leisten können. Es macht total viel Spass, mit dieser neuen Technologie zu arbeiten. Man kommt sich wirklich vor, wie die Zukunft. Eigentlich kann ich nicht viel sagen. Ich bin hier als sprachlos. Ich kann einfach sagen, genial, genial, genial. Ich finde es schade, dass wir diese Technologie nicht schon heute einsetzen können. Aber ich freue mich, auf neue Zukunft.